Ja, du hast es angesagt, natürlich wusstest du es nicht. Nein! Sogar, er dreht sich um, aber ich weiß das doch gar nicht. Ich bin ja ja schon zurückgelaufen. Das wird noch ein bisschen dauern. Ja, eventuell. Ich packe dann unten den Link rein. Also, falls es euch nur noch zu wissen am Ende geschafft haben, dann packe ich euch unten den Link rein. Den Link? Naja, für die Zeit. Du meinst doch für das neue Video, weil wir es ja dann endlich geschafft haben. Ja, weil man Videos über 10 Stunden nicht hochladen darf. Doch, darf man. Ja, ich wollte gerade sagen, weiß ich jetzt gar nicht warum. Stimmt. Ich werde hier irgendwie jedes Mal verständigt. Wir können es auch so machen, dass wir beide da lang gehen und ich einfach versuche den Hund irgendwie zu um... Gehen. Oder machen es so. Wir könnten auch über den anderen Weg gehen. Da oben lang. Nicht über den Dual Bridge. Ja, stimmt. Aber ich könnte nicht... Weißt du, wir machen einfach so wie jetzt noch einmal, wenn wir es jetzt nicht schaffen und ich gehe aber dieses Mal gleich zum Dach und versuche HB oder sowas zu kriegen. Und dann bin ich mal ein bisschen risky. Damit ich gucke, ob es geht. Weil ich nicht weiß, ob es geht. Den falschen Weg genommen. Ich muss deinen Weg nehmen. Oder? Ne, wie denn noch eigentlich? Was? Ich muss... Ich muss irgendwie deinen Weg nehmen und... Geh mal bitte nochmal... Achso, oder... Oder geh dann halt raus. Aber ich muss irgendwie auf die andere Seite kommen und kommen. Ich gehe auf den Kleinen nicht. Ich gehe auf den Kleinen nicht. Achso, okay. Warte, ich gehe auf den. Ich gehe auf... Ich gehe zum anderen Fenster und dann versuche ich von dem anderen Fenster irgendwie rauszukommen. Versuch den mal zu markieren irgendwie. Ja. Oh ne, der ist hier, der ist hier. Ich sehe den. Ja, okay. Ich denke, er ist ziemlich ungünstig für mein Fenster. Ich sehe es. Ich könnte eventuell... Der Kleine geht immer weg, wenn ich sie herlocken will. Hallo, du. Ja, ich glaube, die werden jetzt einmal durchrotieren. Und dann bald meine Chance ergreifen. Ich muss einfach nur abwarten. Ich guck mal wegen dem Hund. Ich hab schon nachgeguckt. Die Kante kannst du, glaube ich, nicht vorbei ohne dass... Die Hund tippen mehr. Ja, das kann durchaus sein. Das werden halt scheiße, aber... Okay, also ich bin... Hinter der Couch gerade. Step by step. Ja, so ein bisschen. Ja, ich sehe dich. Sag mir jetzt nicht, man kann hier hoch. Ja, GG. William? Ähm. Ich sag jetzt gar nichts dazu. Okay, dann musst du noch einmal weiterlaufen. Dann kann ich... Bohlen. Ja, wenn der zu Mühe läuft, bin ich tot. So. Ich kann hier auch nicht raus. Ich kann nämlich das Fenster nicht aufmachen. Ich meine, ich könnte eventuell hoch. Selbstverständlich kann versuchen, hochzugehen. Der geht weg. Aber die sehen mich nicht. Aber die sehen mich nicht. Kommt aber nichts mehr. Ja. Könntest du es schaffen. Solange sich P2 nicht umdreht. Wenn er... Lenk ihn ab, wenn er sich umdreht. Schießt um für den Noisemaker der Hellen. Ne, jetzt bin ich schon raus. Er dreht sich um, er dreht sich um, er dreht sich um. Jetzt bin ich schon raus. Er dreht sich um, er dreht sich um. Jan 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 Jan. Du schaffst es doch. Schnell komm, das Fenster. Schnell komm, das Fenster. Schnell komm, das Fenster. Ich komme da nicht hoch. Geh zur Seite, ich will da hoch. Geht doch. Ja jetzt kann ich auf einmal nachlegen. Also was haben wir hier? Also C ist da oben. B ist da unten. Da sind Kameras und deine Leuchte die ganze Zeit hier rumleuchten. Ich habe eine Idee, pass auf wir können eventuell schnell genug sein um die Kamera und den Leuchter auszutricksen. Und zwar jetzt. Ich warte noch einmal bis der Leuchter vorbei ist. Habs. Bin hier. Die Kamera war gerade um ganz technisch. Ist ok. Lass die Zeit. Hoppla. Woher? Gut. Ich häng hier dran. Wir müssen den Captchern. Nein, müssen wir nicht. Wenn wir ihn Captchern haben wir es nicht mehr perfekt. Ich machs, ich machs, ich machs, ich machs. Dann hack du. Also wenn wir den nicht ärgern, ist das besser als ob wir den Captchern, oder? Ja. Ja, eigentlich schon. Wie viele Punkte gibt den Captchern? Weiß ich nicht, aber weniger als wenn wir ihn nicht ärgern würden. Okay, runter und zu B. Jetzt läufts doch. Jetzt wissen wir auf jeden Fall, wie wir A recht effizient machen können. Und 10. Ja. Wo bist denn du? Ach, noch da oben. Okay. Wir müssen zu B. Number one here. I'm not free with anything. Gut, jetzt die Frage, wie wir zu B kommen, ne? Ja. Okay, William zurück, 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 zurück. Weiter, weiter. Ach ne, weiter geht nicht. Wir können hier hoch, aber im Notfall. Ähm, ich denke, wenn... Können wir uns an der Reling lang hangeln, kann das sein? Gott, das wollte ich grad nicht hangeln. Man kann sich, glaub ich, nicht über die Ecken hangeln. Ja, dann kannst du aber versuchen. Kann ich... Also hier kann ich mich auf jeden Fall nicht über die Ecken hangeln. Ich bin häng an der Reling. Der Typ da oben hat sich grad umgedreht. Ich weiß jetzt nicht so richtig, was ich machen soll. Also ich häng jetzt hier. Wir haben beide die gleiche Idee hatten. Du musst schnell sein, William, weil... man dich am Geländer eventuell sehen kann. Okay. Ah, da kommen Williams liebenswürdige Eltern. Mein Vater, nicht meine Eltern. Na ja. Oh, rechts, rechts. Vorsicht, Vorsicht, Typ. Kommt man hier irgendwo runter? Man kommt hier einfach nirgendwo runter. Geh mal bitte ein bisschen noch weiter nach rechts, danke. Wieso, der sieht dich doch nicht. Ja, aber... Ich find das schade, dass man hier nicht noch eine Kante weiter runter kann. Naja. Warte, ich warte noch einmal, bis der Scheinwerfer kommt. Und jetzt geh ich. Lass sie an. Shit. Okay, jetzt sind wir ein bisschen am Arsch. Meinst du, man kann da auf das Gebäude rauf? Nein, nein. Weg dich! Ich kann nicht weiter nach links. Die Deckungsansagen geht mir immer leicht voll. Nein! Nein! Die Hand geht weg! Ich kann nicht! Ich fühle mich nichts. Wir müssen jetzt warten. Ja und, wie geht's hier so hier beim Umhängen? Ich glaub wir können jetzt eventuell, oder? Ja. Du darfst... Ja. Soll ich versuchen? Ja. Ja. Nein, warte, der kommt gerade, ne? Ich könnte ein neues Maker legen, aber dann... Ich komm hier nicht hoch. Ich krieg kein Interface mehr für Space. Ich glaub wir müssen jetzt an der richtigen Erding sein. Weil wir müssen ohne das Objekt vor uns sein, glaub ich. Ja, genau. Dann können wir noch ein bisschen weiter... Aber erst wenn der da... Wenn der da vorbeigeht. Das heißt ich muss zuerst, oder was? Der da. Ja, ich... Ich seh den da. Du wirst so weiter weggehen. Ähm... Der Typ... Da hoch, okay. Ich hab auch noch keine Idee, wie wir da runterkommen. Ich sag wir müssen in das Haus da, ne? Wir müssen in das Glashaus, ne? Ja. Ja. Ähm... Gut. Wenn... Wenn der Sniper an uns vorbei ist, oder so. Der Typ kommt zurück. Ja, scheiße. Wenn der Typ jetzt zu uns kommt, sind wir am Arsch. Aber dann können wir immer noch ganz schnell zur Reling gehen. Der P2er kommt, ne? Also für mich P2er, der da rechts von uns steht. Hm. Jetzt. 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 Nein. Oh Leute. Nein, stopp. Sorry. Ich wusste nicht, dass er die Treppe runter geht. Ich häng mich mal wieder an die Reling, damit wir uns nicht behindern. Ich bin drin. Ich bin drin. Scheiße, ich wurde entdeckt. Shit. Ich bin drin. Ich bin drin. Ich bin drin. Welchen? Hier ist ein Hund drin. Den wir eventuell nicht wegkriegen. Doch, dann können wir. Doch. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Wenn wir den Hund wegmachen, kriegen wir auch keinen Perfekt. Nein. Nein, warte, 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 warte. Man kann den Hund nice ausdrücken. Hä, wer hat mich jetzt entdeckt? Ach der Hund. Ah, dummer Hund. Wir fahren so gut. Ja. Bis ich jemanden umgebracht habe und der Hund dich entdeckt hat. Aber guck mal. Immerhin. Immerhin. Das war schon gut. Jetzt müssen wir nur irgendwie an dem Hund vorbei. Das war, um ehrlich zu sein, recht nicht sicher. Wir müssen einen guten Weg finden, Bild zu bringen. Ja, vielleicht sollten wir B einfach als erstes Ziel in Angriff nehmen. Weißt du? Du verstehst die Denkweise? Ja. Wo genau ist denn jetzt B? Ähm, ich weiß wo B ist. Wir haben die müssen ja beide schon mal gemacht. Ich weiß wo B ist. Hä, kommt jetzt echt hier hin. Ich wollte einfach nur da rüber gehen. Oh komm, jetzt steht er einfach hier. William kann es sich hier natürlich sehr komfortabel. Gibt es nun wie einen easy Weg mit Hellings zu B? Äh, ja. Scheiße, da steht ein Typ oben. Mittelmäßig easy. Ähm, du musst da hoch. Also einfach quasi die Fronttür nehmen, sag ich jetzt mal. Ich kann grad nicht da hin, bei mir steht so ein Typ. Ja, lass dir Zeit. Ich kann hier unten durch. Ich, ja, aber Gott sei Dank, ich kann hier eine Krampfe ja komisch lösen. Also versuchen wir jetzt oben lang zu gehen? Ja. Ja, oben lang, oben lang. Und dann zeig ich dir wie man recht schnell zu B kommt. Wenn mich nicht alles täuscht ist, dann auch mit Lasern. Aber das ist ja nicht so dramatisch. Ähm, interessant ist, wir müssen irgendwie den Hund weg machen. Also eventuell funktioniert es mit dem Noise Maker. Das weiß ich aber nicht. Ich guck jetzt erstmal unter der Tür durch. Und markier den Hund, wenn ich ihn sehe. Wenn dort nämlich direkt vor uns ist, geht das. Ja, der Hund ist direkt vor uns. Ist jetzt scheiße. Ähm, okay, folgender Plan. Wir müssen irgendwie auf die andere Seite von dem Gebäude. Okay? Also wir müssen hier wieder raus. Ja, ja. Und dann müssen wir unten den Dual Breach machen. Und dann kann einer von uns schon A machen und ich mach dann B oder so. Weil ihr so. Dann müsstest du es dann halt A machen. Weil ich weiß, wie man zu B kommt. Ja, dann mach ich ja. Und solange ich den Guard-Doc da nicht irgendwie so Spishis mache, müsste alles gehen. Ich denke, mit einem Noise Maker kann man den recht gut ablenken. Muss ich mal gucken. Kommt, also da ist noch eine Person drin. Solange ich die Person dann nicht irgendwie, ja, ich sag jetzt mal, ist das Spishis oder so mache. Also solange sie... Spishis. 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 Hä? Guards, das ist Spishis. Guards, das ist Spishis. Wieso Guards, das ist Spishis? I don't know. Vielleicht wegen dem Dreckshund. Wegen was? Wegen dem Dreckshund. Ja, irgendwie kommt man super easy zu... Ach so, stimmt. Die hätte ich von Anfang an verlangen können. Ja, ich hole mir da mal A. Ich glaube, den kleinen markiert. Ja, wir haben es ja nicht mehr perfekt mit dem Gast. Was, dieser dumme Dreckshund! Ich schwöre, ich raste gleich aus, Alter. Der weiß einfach immer, wo ich bin, Mann. Ich hasse dich, Hund, ne? Ich hasse den Hund. Es ist vollkommen egal, wo ich lang gehe. Nee, der weiß immer, wo ich bin. Dieser dumme Hund. Oh! Hast du das gesehen, WTF? Ne. So ne knappe Scheiße. Es ist scheiße, wo die Guards des Bischofs sind. Der Hund geht einfach weg, Alter. Jetzt komme ich da nicht mehr hin, weil P2 da steht. Die suchen jetzt nach uns. Jetzt kann ich da nicht mehr ordentlich zu arbeiten. Ach so. Ne, ich könnte immer noch ein Noise-Maker... Jetzt geht der Hund einfach wieder mit dem Zeug. Ich könnte ausrasten. Ja, Leute. Was macht ein P2 da? Hallo? P2? Was war das? P2 hab ich einfach fast gesehen. Was macht der denn? Äh, William? Willst du oder? Ja, okay. Sonst wäre ich jetzt gegangen. Geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh, ich geh. Kann sie jetzt nicht machen. Machen, machen, machen Neusten mit Noise-Maker benötig. Der Dicke kommt zurück. Ab ihn. Das war knapp. Geh, geh raus, geh raus. Wir kriegen keine Punkte für das Objective. Wieso nicht? Weil die suspicious sind. Die sind nicht mehr understirped. Echt nicht? Ja, ich glaub wir müssen nochmal starten. Ja, Mist, okay, ja. Moment, dann lass mich das mit dem machen. Und zwar schießend. Jetzt ein paar Leute umbringen. Ey, jetzt hätt ich's einfach geschafft, Mann. Hä? Die sind kein One-Hit mehr auf Perfectionist? Wusstest du das? Was? Die Guys haben kein One-Hit mehr... One-Hit? One-Hit mehr auf Perfectionist. One-Hit. Mit weh? Perfectionist wahrscheinlich auch dafür gemacht, dass du das alles richtig geil leise machst und nicht mal einen anderen hittest. Ja, oder? Das ist doch krank. Vor allem bei der Mission. Das ist so schwer. Wir könnten das auch so machen, du machst A... Ne, den haben wir ja schon wieder B nicht als erstes. Aber jetzt... Warte, jetzt weißt du wenigstens nicht, wie man schnell zu B kommt. Wir müssen einfach den Duel Breach machen und dann am Hund vorbei. Ja, dass wir noch einen Weg finden, am Hund vorbeizukommen. Ja. Jan? Ich dachte so, ich kann jetzt so schnell zum Hut da rüberrennen, aber er hat mich instant das Hinten angeschossen. Das muss bestimmt auch so komisch sein. Du stehst halt auf einem Hafen, bist Wachmann, denkst du... Ja, ja, ja. Und dann kommt die... Richtig, kommt so aus dem Wasser und dann so... Also ich bin immer noch dafür... Die Lampen in der Dunkelheit, ne, sind keine gute Erfindung. Ne. Hey, wenn du in der Dunkelheit bist, leuchtet so eine Lampe auf deinen Rücken, damit die Gegner dich besser sehen. Ja. Ja. Ich meine natürlich, damit du weißt, dass du in der Dunkelheit bist. Richtig. Ein Interface am Hut oder so hätt's auch getan. Übrigens, mein Aufruf an alle unsere Zuschauer, spielt mal Metro 2034, also Metro-Lars-Light, spielt das mal auf Perfektionist ohne Hut und so, das mache ich gerade so schön. Macht Spaß. Schwer. Macht aber Spaß. Hoppla, ich bin ja gar nicht geduckt gewesen. Ich bin Brix, ich bin Brix. Ich hab so gedacht, was, was will man jetzt sagen, Brix? Ich bin Brix, ich bin Brix, ich bin Brechstangenbrechs. Brechstangenbrechs? Bw? Ah. WSB wahrscheinlich. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da. Da ist ein Digga... Oh mein Gott, der Kleine steht hier. Der Kleine, ich weiß nicht, ich wurde es kennt sich hier dass die markieren zu tun ja gewartet jetzt ist die falsche Taster du kleiner Wechsel morgen ja mehr zu wollen nur morgen keine Schwung ich machte einen von gut um wenn du bist du ganz morgen beschlungen und für mich selbst bekommen und und dann gibt es den blongo kongo ich hasse diesen dreck schon der hätte mich einfach instellen nein die garze ist jetzt gleich ja der hund hatte mich also weißt du was ich gehe jetzt einfach vom dach aus und du machst da ich mache das dach ich mache auch c beim dach und dann mache ich b vom dach aus sollte jetzt der hund bringt den hund um der hund ich weiß eventuell wie man eventuell gibt es ein fenster bei b kann das sein müssen wir mal gucken keine ahnung ich weiss nicht mehr wo b ist du machst du warst nicht einmal bei b ach so ich war schon bei b ich weiß nicht in diesem ist das auch nicht oder am schiff gedruckt gehalten und er ist einfach hochgeklettert